ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Hi, schön, dass ihr da seid. Gestern ging es los mit unserer neuen WG. Drei Mädels aus der Valencia WG und drei Jungs aus der WG in Amsterdam sind in eine virtuelle WG gezogen und sind ab jetzt einen Monat lang zusammen mit Abstand. Wir haben schon ihr Zuhause gesehen und sie haben uns ihre Familien vorgestellt. Heute ist Tag zwei und die WGler sind gerade erst wach geworden. Hey, was geht? Hallo? Hey! Alex, mal wieder am Haare föhnen. Alex, es geht. Achso! Hi, na, es geht. Ich sehe dich nur die ganze Zeit von hinten, wie du so an deinen Haaren rumspielst. Ja, ich habe euch nicht gehört, mein Föhn ist so laut. Also der Föhn und Alex sind immer noch beste Freunde. Mit dem ganzen Style und so hast du dich echt nicht verändert. Doch, tatsächlich ist das so, dass irgendwie im Laufe des Tages sind mir meine Haare im Prinzip egal, ob sie liegen oder nicht. Aber irgendwie, ich kann nicht ohne gemachte Haare aus dem Haus gehen, ich weiß nicht, irgendwie geht das nicht. Echt? Ey, ohne Spaß, als wir in der WG waren, ich habe überall den Föhn gehört. Egal, ob ich auf Toilette, ob ich draußen war, ich habe immer nur den Föhn gehört. Wenn wir irgendwo hinwollten, Alex muss immer noch uns barflich die Haare föhnen. Das ist so krass, bestimmt vier, fünf Mal am Tag. Und dann ging die eine Minute um die andere. Nach zehn dachte ich mir so, joa, okay. Ja, im Bad kann meine Zeit tatsächlich ein bisschen variieren. Mein Hauptthema sind so meine Haare. Ich brauche morgens keinen Kaffee, ich brauche einen Föhn. Tschang, was machst du da? Guten Morgen. Ich bin gerade so ein bisschen lost. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Kaffeemaschine bedienen soll. Und ich kriege die jetzt nicht mehr zu. Passe mal, bist du in deinem Zimmer? Ja, ich habe jetzt geschäumt im Bild, aber kein Espresso drin. Du hast eine Kaffeemaschine in deinem Zimmer. Why not? Wow, okay. Moin, Leute. Was geht? Marc, moin. Guten Morgen. Was machst du da? Ich versuche gerade meine Kaffeemaschine zu bedienen. Ist sie in deinem Zimmer? Ja, die chillt in meinem Zimmer. Direkt beim Fernseher. Was? Warum hat man eine Kaffeemaschine in seinem Zimmer? Ich weiß es auch nicht. So um nachts oder so, irgendwie, keine Ahnung, noch kurz Kaffee zu trinken. Ja, klar. Das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich gehört habe, dass eine Person so dringend Kaffee braucht, dass sie eine Maschine bei sich hat. Also ich muss jetzt zugeben, dass ich vom Kaffee nicht wirklich wach werde. Ja, warte, 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 warte. Ich glaube, ich habe was Gutes. Okay, komm, wir machen jetzt ein bisschen Party. Komm, wir müssen tanzen. Sport am Morgen schadet nie gut zum Wachwerden. Go. Hantel, Mann. Ach, die Hölle. Komm, wir machen so eine Welle. Ich gebe sie weiter. Okay, ich habe sie. Wir schnitzen in die Hände nach oben, bewegen unser Bein nach rechts und dann tanzen wir praktisch so. Oh, yeah, yeah. Warte, wie geht das? Gott. Okay, jetzt machen wir eine Drehung und jetzt machen wir den Moonwalk. Ach, du Hölle. Also das ist auf jeden Fall mal was Neues, mit den anderen in den Morgen reinzustarten. Wuhu. Also Alex, du brauchst so dein Föhn am Morgen. Jeppi, was brauchst du so am Morgen? Das Erste, was ich immer mache, ist meine Kontaktlinsen rein. Weil ohne Kontaktlinsen, ich bin blind wie so ein Eich, nee, Maulwurf. Ich mache mich eigentlich eigentlich wie ein Maulwurf. Dann putze ich mir die Zähne, meine Haare vielleicht einmal durchgehen und ja, das war es doch eigentlich. Echt? Herr, da brauchst du ja nur so 10, 20 Minuten. Nicht mal. Ja, das ist so unfair. Ich sage es euch Jungs, ihr müsst eigentlich nur einmal kurz durchwürsten oder durchbürsten und dann sieht es eigentlich schon so acceptro aus. Äh, nein. Doch. Also ich weiß nicht, bei mir, ah, ich weiß nicht. Irgendwie bei mir ist das viel Arbeit. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich mache für euch meine Haare auf. Das ist eigentlich ein No-Go. Man nehme eine Seite. Eigentlich mache ich die immer nass. Da habe ich mir so etwas gebaut. Damit macht man so Fenster sauber. Seht ihr das? Und ja, damit mache ich dann meine Haare nass. So, dann nimmt man einfach das. Bumm. Bumm. Wie lange dauert das? Drei Stunden. Drei Stunden? Ja. Ich weiß, man verliert Lebensqualität. Das muss ich ehrlich sagen. Deswegen gehe ich lieber mit einem Vogelnest in die Schule. Bumm. 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 Cang, Marc, seid ihr wach? Ich bin wach. Und du? Yes. Ich bin mega wach jetzt. Ich freue mich aufs Frühstück. Ich habe jetzt richtig Hunger. Okay, ich würde sagen, wir machen noch die Corona-Bro-Fist. Oh ja, Bro-Fist. Auf drei, drei, zwei, eins. Ach so. Piu. Leute, habt ihr euer Frühstück? Ja. Safe. Angelina, das sieht so lecker aus bei dir. Dankeschön. Ich habe, ihr ist sehr vegan. Also ich habe Hummus, Gurke, Basilikum und so rote Beete-Creme. Und ihr? Ich habe einen Käsetoast. Ich habe ganz normale Cornflakes. Guten Appetit. Danke, ebenso. Danke. Guten Appetit. Hey, Mädels, wie war das bei euch in der WG? Wie habt ihr so Frühstück gemacht? Chaotisch. Also die Gerichte sahen sehr künstlerisch aus. Moin. Hi. Das präsentieren. Ups, Salat. Okay, ihr müsst euch jetzt selbst erraten. Okay, also ihr habt jede Person gemacht? Ja. Ich glaube, das bin ich in den Locken. Ja. Okay, ich glaube, das ist Chantal. Ich glaube, das ist Cang. Ja. Und ich glaube, das ist Anluvina. Das ist richtig gut. Ja, wir hätten echt so eine Nominierung kriegen sollen, Alter. Guck, das ist mein Essen. Das ist die Nominierung. Bei uns war das eigentlich immer so, dass wir voll geiles Frühstück gemacht haben, oder? Ja, ich finde auch. Ja, wir haben ein paar gutes Frühstück gemacht. Wir weisen auch French Toast. Was macht ihr denn hier? French Toast. Ja, das Frühstück war Hammer. Also es gab so viel Auswahl. Man konnte sich nehmen, was man wollte. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Riecht dir das? Es riecht richtig gut. Es riecht nach Frühstück und nicht nach Müll. Ja. Das stimmt. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann checkt unbedingt mal die TV-App und ZDFTV.de aus. Dort findet ihr die ganze Folge. Schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, was euch so am besten gefällt und was euch nicht so gefällt. Ich will alles wissen. Und aktiviert natürlich die Glocke und abonniert den Kanal. Am meisten würde ich mich natürlich noch über einen Daumen nach oben freuen. Also hinterlasst ihn auch gerne. Ansonsten bis ganz bald. Bleibt gesund.